so da wollen wir hin ach ja ich wollte ja wechseln nehmen wir mal luigi ich meine mario und was zur hölle ok ich springe auch gerne auf dem trampolin rum besonders über den abgrund ich gebe auch zu ich gucke auch gerne bei diesen ganzen crazy blicklips oder oder sag ich mal ups die panchoa noch ja manche sachen tun wirklich ziemlich weh aber wenn aber bei mann etwas mehr weh tut ist die dummheit ist einfach die dummheit und okay einfach die toll super ich verstehe weil ich jetzt zu klein bin kann ich ja jaja wir haben verstanden ich muss da hier so einmal ran was natürlich nicht so einfach ist wirst du mich verarschen na gut sie und da wir mal wieder was hat es mit den auf sich ich würde hier gerne mal wirklich hier in ruhe gucken aber hier kann ich nicht gucken nicht in der abgrund mario das ist böse sehr böse und oh ich sehe jetzt die schwierigkeit ja ich fühle mich schon besser ja aber erst mal treffen das ist aber nicht mal nicht naja die kommen jetzt zu mir so weil sie mich sehen die kommen ziemlich böse naja obwohl wie würde ich denn gucken wenn jemand mich einfach so von wolken runterschmeißt so nach dem motto ja hier hau mal den typen mal eine runter also ich stich ihn mal ich glaube dann würde ich kann es ja hier mach mal ernsthaft boah ey das das ist so scheiße man kann ihn schlecht steuern ja jetzt bin ich ausgesehen gegen die ls also lz hast du gekommen was zur Hölle ist das da oben was seid ihr denn ja ihr seid bissig was ich merke gerade dass wo 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 vorsichtig oh scheiße die steuerung ist es ach es ist gar nicht so einfach leute oh komm 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 schnell dahin ja oh na toll ja super die zeit läuft oh ja und da wieder was hat es mit diesen luigi auf sich mit diesen oh toll äh 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 mal sehen äh mal sehen ernsthaft halt spring drauf mamio alter der blödmann wollte ihn nicht Äh, ja, toll, ich liebe es. Äh, ja. Äh, sagt Moos, das Ding bewegt sich nur, wenn wir drauf... Ist das wirklich euer verdammter Ernst? Das schaffe ich doch niemals. Äh, also ernsthaft, das ist so dämlich. Sorry, dass ich das sagen muss, aber das ist mir jetzt halt wirklich saudämlich. Ich meine, das mag vielleicht früher Sinn ergeben haben. Äh, sozusagen, äh... Aber heute... Ich meine, heute will man... Äh, nö, 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 Stachy. Oh, neee, Mario, wirf... Danke. Und mach den lieber auch mal tot. So, München brauchen wir jetzt. Also, äh, mach... So, okay, jetzt... Oh, come on, Mario! Schnell! Oh, Mann! Ich muss den Scheiß jetzt nicht... Na, wennsfalls habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit. Aber... Also, aus meiner Zeit hätten sie weglassen sollen. Das wäre viel, viel besser gewesen. So, äh, beißt mich doch nicht. Ist hier irgendwie was? So, äh, gut gemacht. So, äh, hier diese ganzen... Also, wenn ich hier die ganzen, äh, was sag ich, also die ganzen, äh, Violetten so ansehe, bei den ganzen, äh, Stick-Sticker, dann, ja, ach, da ist ja noch, äh, dann ist mir schon klar, dass ich nur nicht alles habe. Äh, Raserei in Rätselhaus. Ah, ja. Mario, Mann! Oh, Mario, du Vollhonk! Oh, wie schade, ja. Ich hab Lisa gesammelt! Okay, nochmal. Oh, das ist ja fair. Oh, das ist ja fair. Oh, das ist ja fair. Ich hab's ja fair. Oh, warte! Oh! Oh! Oh, ha! Oh! Oh, Mario. Ich glaub wir werden, äh, nicht gerade warm. Wir müssen auch richtig da drauf. Das ist doch nicht wahr! Ist doch nicht wahr, ey! Na, danke! Danke, Mario! Ich wollte schon sagen, hättest du die... Güte? So Trampolin-Sachen, da... Liegt mir nicht. Äh, ja? Ja, gut, ich... Das sah gerade komisch aus gerade. Nein. Okay. Jetzt wird's besser. Ach, was ist... Okay... Äh, ja, her damit. Äh, mit Luigi wäre das hier... Mit Luigi wäre das gerade ein bisschen schwer gewesen, weil der gute... Äh... Mario! Oh, ich bin mir dagegen gekommen. Boah... Aber wenn's heute... Ich kann anscheinend jederzeit immer hierher kommen. Das ist ganz gut. Hoffe ich. Ja gut, ah, okay, da... Dann bin ich mehr als beruhigt. Ich hasse es, wenn es heißt... Ja, versuch's doch mal... Indem du durch das ganze Level marschierst und so getönst. Ich hasse sowas. Das liegt mir nicht. So... Dann wollen wir mal sehen, was uns da bei den... Äh, hallo? Ach so, okay, Leute. Das war's jetzt mit dem Let's Play. Wir sind zum nächsten Part. Also, Siamarane!